hallo zusammen heute gibt es was ganz verrücktes heute gibt es mürbeteig mit rechten aufgearbeitet ich habe noch jede menge mürbeteig in der tiefkühlung und die muss raus und habe auch noch ganache füllungen von meinem prinzen vom schwarzen prinzen und vom schokoprinzen und das will ich jetzt alles mal verarbeiten es sind ja alle hochwertige dinge und die kann man nicht einfach nur entsorgen also mürbeteig zwei sorten einen weichen und einen normalen 1 2 3 mürbeteig gut mischen auftauen natürlich zuerst gut mischen und dann kann ich den ausrollen und da er ja nicht mehr ganz kalt ist brauche ich etwas mehl dazu ich wusste ja von vornherein nicht was ich machen will und habe einfach mal angefangen und hier mal ein kleiner trick auf weihnachten hin ihr könnt mürbeteig gebäcke flache gebäcke alles übereinander legen nicht zuerst ausstecken und dann gleich in den ofen das muss nicht sein das lenkt nur ab und deshalb habe ich erst mal alles vorbereitet ausgestochen übereinander gelegt die mürbeteige vielleicht etwas mehl dazwischen und dann hier habe ich einen 18 ring mürbeteig boden für was ich den verwende das weiß ich noch nicht das muss ich mir erst mal überlegen aber auf jeden fall der boden wird schon mal vorgebacken und dann noch einen großen mürbeteig boden das wird eine sahnetorte das weiß ich jetzt schon ich habe sie auch schon gebacken in der zwischenzeit das war etwas sehr feines ihr werdet das video auch noch sehen das war dann die johannisbeer sahnetorte mit gefroren johannisbeeren den rest vom mürbeteig den mache ich jetzt sind kleine stangen nicht zu dick nicht zu dünn gleichmäßig ausrollen ein streiche dazu als ein ei verkleppern und dann einstreichen und dann einfach nur hagelzucker drauf etwas andrücken einteilen in kleine stücke und aufs blech legen beziehungsweise aufs backpapier und das kommt dann auf die obere schicht von meinem mürbeteig sortiment das ich schon ausgestochen habe und jetzt kann ich den ofen einschalten und backen hier seht ihr alles schön übereinander es nimmt wenig platz weg und jetzt kann ich mich aufs backen konzentrieren so das ist die ganze ausbeute und jetzt geht's los mit ausbacken goldgeld backen bei 170 grad etwa um luft dann verteilt sich die hitze wunderbar und die gebäckstücke werden dann nicht schwarz an der seite und nicht ungleichmäßig gebacken und in den ofen können dann auch gleich zwei bleche auf einmal eingeschoben werden vielleicht muss man sie mal um wechseln das eine nach oben und das andere nach unten das werdet ihr selber sehen ihr wisst ja wie euer ofen backt so und alles auf die seite alles vorbereitet die muss ich etwas losschneiden durch die eistreiche kleben sie etwas auf dem backpapier schön goldgelb gebacken auch unten der boden und jetzt kann es losgehen mit dem füllen ihr erinnert euch an den schwarzen prinzen da habe ich die carnage die füllung mit einer dunklen schokolade gemacht die habe ich jetzt wieder leicht angewärmt und wieder geschmeidig gearbeitet und jetzt habe ich hier vom schokoprinzen mit der weißen schokolade kuvertüre ebenfalls wieder weich gemacht und jetzt wird das einfach drauf geklixt und deckel drauf mit loch dann schaut es auch schön durch meine schokolade füllungen sind aufgebraucht ich habe noch mürbteigstückchen übrig also etwas marmelade hier aprikosenmarmelade kurz aufgekocht ein klecks auf das untere teil und dann oben drauf abdecken und jetzt habe ich immer noch was über jetzt wird es etwas eng ich habe keine füllung mehr also muss ich das herstellen und da nehme ich einfach puderzucker und eierlikör und rühre da eine dicke glasur an ich war etwas zu schnell in diesem moment kommt die prinzessin mit ihrem papa auf besuch und ich hatte ganz schnell einen abnehmer für mein gebäck allerdings das mit dem eierlikör das war nicht für die kleine gedacht das ist nichts für kleine kinder und so habe ich ihrer mama extra ein paket gemacht und ich war alles los und euch wünsche ich beim nachbacken viel spaß und gutes gelingen tschüss natürlich habe ich sämtliche rezepte unten verlinkt ihr könnt sie euch hier nochmals anschauen ja tschüss nochmals